Hallo, ihr da draußen. Ich heiße Laura und ich habe so eine Idee und vielleicht macht ihr bei der Idee mit. Also folgendes. Erstmal diese schöne Pflanze, die neben mir steht, die habe ich jetzt noch mit auf den Bildschirm genommen, damit ich nicht so ganz alleine bin. Naja, aber eben, ich will, dass sich das nämlich eigentlich ändert, dass ich alleine hier bin. Und zwar stelle ich mir das folgendermaßen vor. Ich weiß nicht, ob ihr schon, ob ihr, also eben, das Ganze hat was mit YouTube zu tun oder einfach allgemein mit Videos. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe mal so ein bisschen auf YouTube rumgesurft und habe da so Gay-Communities gesehen gehabt. Einer davon ist Beaver Bunch. Das werde ich euch dann noch, die Adresse werde ich noch schicken. Die kommen alle aus Amerika. Und dann habe ich mal geguckt, ob das denn irgendwie sowas wie das in Deutschland gibt. Und da habe ich nichts gefunden. Es wird also höchste Zeit, diese Marktlücke zu füllen. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch noch irgendwie dann Unterstützung kriegen konnten von LMAG, Siegessäule etc. Das wäre eigentlich noch ganz gut. Also ich meine, ja, das Erste so in der Art, also soviel ich zumindest weiß, das Ganze würde dann ungefähr so ablaufen. Also guckt euch das das letzte Mal an. Am besten mal an Biber Bunch. Einfach, also Themen halt diskutieren, die momentan gerade aktuell sind und eben halt natürlich hauptsächlich, die sich hauptsächlich auf das, naja, ich würde eher sagen, nur das Lesbischsein beziehen. Oder einfach für Frauen da sind, die sich für Frauen auch interessieren. Und, ja, und dass wir dann einfach so verschiedene Themen diskutieren. Da kann man dann, können andere dann natürlich auch Videobotschaften schicken, kann man diskutieren. Und ich fand das eigentlich eine ganz gute Sache, wenn man sich so ein bisschen so austauschen könnte, wa? Und, ja, das wäre dann so, dass jeder einen Tag übernimmt. Also, von mir aus am Wochenende machen wir natürlich frei. Wir machen einfach bis Donnerstag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das heißt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, das wären also vier Tage. Vier Tage und vier Personen, die wir bräuchten. Und, ähm, dann würden wir das Ganze mal so ein bisschen zum Laufen bringen. Nur, das Ganze ist eben halt so, dass ihr euch mal melden müsst, weil ich hab keine Lust da alleine sowas zu machen. Und, ähm, naja, und dann vielleicht auch noch irgendwelche Unterstützer, die das unterstützen würden. Ähm, ja. Also, es ist mal eine Idee. Und ich denke, also ich finde, die Idee ist ganz gut. Mhm. Und, äh, weil das irgendwie schon überall gibt, aber hier hab ich wirklich noch nichts gefunden. Und, ähm, wär doch mal was. Wär doch Schellen. Ja, meldet euch mal, würde mich freuen. Bis dann. Tschüss. So, jetzt kann sie wieder mit. Und, ähm, wär doch mal, würde mich freuen. Vielen Dank.